Die Kurfix-Galaxie wurde von bösen Aliens infiltriert. Sie können nur von der Besatzung der Sternenpatrouille besiegt werden. Geführt von Kapitän Bomba! Position im Raumschiff der Aliens vom Planeten Arschwix. Mission geheim. Okay, alles was ich sagen kann, ist, dass die Mission etwas mit Arsch zu tun hat. Oh, es ist gut, ein Alien zu sein. Oder, Marty? Aber klar doch, Dominik. Was für ein Leben! Nutten, Raketen, Laser, Nutten, Wodka, Cola, Nutten. Nutten sagte ich schon, oder? Ich glaube nicht. Okay, dann auch Nutten. Hey, Dominik, schau mal da. Irgendjemand winkt uns von dieser Rakete dort zu. Stimmt, wer das wohl ist? Kapitän Bomba!